Wir sind in Dubai und es ist der 61. Tag der Rallye von Rette den Boden. So viele Menschen, so viele Nationalitäten für eine Sache. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus dem Vereinigten Königreich. Ich komme aus Kroatien. Ich komme aus Los Angeles. Ich komme aus Nigeria. Viele Leute, viel Aufregung. Ich bin hier, um den Boden zu retten. Es ist so eine riesige Menschenmengel. Es sind mehr als 10.000 Menschen. Ich denke, es wird eine der größten Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein. Rette den Boden ist mit Sicherheit eine Sache, die wir alle voll und ganz unterstützen können. Sadhguru, ich möchte dir für die Einbeziehung der Vereinigten Arabischen Emirate in deine inspirierende Reise danken. Ich bin stolz, mitteilen zu können, dass die Vereinigten Arabischen Emirate hart daran arbeiten, Bodenmanagement in nationale Strategien und Richtlinien zu integrieren. Und auch mit deiner Hilfe, Sadhguru, werden wir zusammenarbeiten, um mehr zu tun. Das ist ein Ausdruck unserer Liebe und Verantwortung für unser eigenes Leben, für das Leben um uns herum und für die Leben, die nach uns kommen. Die Rettung des Bodens ist eines der wichtigsten Dinge auf unserem Planeten. Unser Leben hängt buchstäblich davon ab, von dieser Bewegung. Es ist nicht seine Mission, es muss unsere aller Mission werden. Und jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass wir das schaffen. Und jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass wir die Einzelne ist für 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 die Einzelne ist für